Hallo, ich bin die Nora, komme aus St. Gallen und bin 19 Jahre alt. Ich habe sehr viele Hobbys, unter anderem sind das Reisen, Kultur und deren Sprache. Das ist nicht alles, was ich in meiner Freizeit mache, nämlich lesen fuhre ich sehr gerne oder schwimmen, natürlich auch tauchen, am liebsten im Meer, weil es dort sehr schöne Fische hat und auch Basketball. Meine Ziele für die Zukunft sind, die Matur gut abschließen und dann gerecht studieren oder vielleicht auch die Schauspielschule besuchen. Tschüss, hat mich gefreut und viel Spaß beim Saufen!